»Schwindende, du kennst die Türme nicht, doch nun sollst du einen Turm gewahren mit dem wunderbaren Raum in dir. Verschließ dein Angesicht, aufgerichtet hast du ihn ahnungslos mit Blick und Wink und Wendung, plötzlich starrt er von Vollendung, und ich, Seliger, darf ihn beziehen. Ach, wie bin ich eng darin, schmeichle mir, zur Kuppel auszutreten, um in deine weichen Nächte hin mit dem Schwung schoßblendender Raketen mehr Gefühl zu schleudern, als ich bin.« Wie kein anderes Gedicht haut es ganz schön rein, wenn man mal verstanden hat, um was es geht, um Sex, aber dann ist das Gemeinte so klar, dass es sich erübrigt, es bei seinem medizinischen Namen zu nennen und so den Zauber zu zerstören. Schwindende Wir sind alle Schwindende, nicht nur die angesprochene Frau, ein Anklang an das Carpe Diem des Barocks, das uns auffordert, das Leben, auch hinsichtlich geschlechtlicher Liebe, zu leben, weil es nun mal endlich ist. Du kennst die Türme nicht, weil sie sexuell unerfahren ist oder weil es ihr an einem solchen Turm fehlt. Doch nun sollst du einen Turm gewahren mit dem wunderbaren Raum in dir. Es gibt sehr derbe Namen für diesen gemeinten Vorgang, aber eben auch eine solch schöne poetische Darstellung. »Verschließ dein Angesicht«, soll das heißen, mach die Augen zu, vielleicht in dem Sinne, dass man vor allem nun innerlich fühlt, anstatt äußerlich zu sehen. »Aufgerechtet hast du ihn, ahnungslos, mit Blick und Wink und Wendung.« Ahnungslos ist es vielleicht im Sinne von »unschuldig« und »unschuldig« vielleicht in dem Sinne von »Shakespeare«, wenn »scheue Liebe kühner wird« und nichts als »unschuld sieht« in inniger Liebe tun.« Mit diesen Worten erwartet Julia ihren Romeo in der Hochzeitsnacht. Plötzlich starrt er von Vollendung und ich seliger darf ihn beziehen. Schon das Begehren wird also zum Genuß, wenn man sich so im Einverständnis miteinander erlebt, und das ganze Fühlen konzentriert sich auf den Turm. »Ach, wie bin ich eng darin!« Der Sprecher identifiziert sich ganz mit seinem Fühlen. Außerhalb seines Turms scheint er nicht mehr zu existieren. »Schmeichle mir zur Kuppel auszutreten.« Nun ist also ihr Zutun erforderlich. »Um in deine weichen Nächte hin!« Hier verbindet sich die übliche Tageszeit solchen Tuns mit der Dunkelheit des Raums, in dem der Turm sich gerade befindet. »Mit dem Schwung Schoß blendender Raketen«, eine Anspielung auf den farblichen Kontrast. »Weißes wird ins Dunkel geschleudert, wie die Raketen eines Feuerwerks in die Nacht.« Die Identifikation mit dem Gefühl geht im Moment der Ekstase also über 100% hinaus. Man kann diese Überwältigung von dem, was da die Körper mit einem machen, nicht besser zum Ausdruck bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017